Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Ich hoffe die Frau da hinten, die immer noch am Heulen ist. Macht mal langsam Vorrang und zieht sich zu ihren Leuten zurück. Oh mach das! Wir brauchen die so lange, bis auf 100 Euro zu kommen. Ich schau mal nach. Wenn Irge dein Scheiß passiert ist, lass es mich wissen. Okay. Ich muss mal einen neuen Eintrag lesen. Ah, okay. Nice. Erster Eintrag. Ich sage nicht, wie Pavel im Gefangenenlager der Faschisten sagte, man kann nicht jeden retten, du musst dich für das Geringere überall entscheiden. Wahrscheinlich hat er damit recht. Aber ein Gedanke nagte seitdem an mir, wir sind alle verdammte Helden, die die Menschheit retten wollen. Die Faschisten bringen jeden um, egal wie geringfügig er auch mutiert ist, die Kommunisten wollen alle in einem gemeinsamen Staat färschen und so den Frieden in der Metro herstellen. Und ich habe, um die Menschheit zu retten, ein komplettes neues, empfindungsfähiges Volk ausgelöscht. Wir reden von Rettung, während wir töten, töten, töten und das war schon immer die Art der Menschen. Damit hast du verdammt recht. Was zum Teufel? Wessen Karre ist das? Leute, wir haben hier Gesellschaft. Du hast gar nichts erstmal, ja? 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 Sehr gut. Was haben die hier für kranke Weapons? Feuer kann ich nicht löschen. Wird hier so rumgegrunzt? was zum Teufel? Wird hier so rumgegrunzt, das ist doch valletig? Wird hier so rumgegrunzt? Das jetzt wurde ich noch nicht entdeckt. Das kann sich aber in... Äh, 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 das kann sich aber sehr, sehr schnell ändern. Ah, geil, Medikit. So, wir waren in diesem Gang und sind bis dazu in den blauen Licht gegangen. Das Tolle ist, dass wir so eine richtig geile... Waffe haben. ...der wir einfach ultramäßig auf Range alles weghauen können. Ich bin sehr froh, dass ich damals diese Waffe gewählt hatte. Als wir die gewechselt haben. Weil... Weil... Ja... Ist halt... Dieses Visier ist halt super geil. So, hier ist schon Ende. Geht's auch nicht weiter? Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch nach da. Oh, das ist... Oh, das ist... Köpfchen. Nägel mit Köpfen machen, ne? Ah, alles falsch, Eddie. Alter, was hat der wie in der Waffe? Bitte hilf! Sieht voll geil aus auch. Die hat ein Schaft, die hat das Visier, die hat mehr Magazin, die hat vorne so einen Griff, die hat einen Schalldämpfer. Das wäre ja die perfekte Waffe für mich eigentlich. Aber, die sind stark genug. Ich will ne fucking awesome Weapon haben und nicht eine so mittlere, weißt du? Heißt das, dass ich die alle ausgelöscht hab? Ja, gut. Oh. Okay, unten drunter kann man nicht hin. Ich wär auch fast stecken geblieben. Oh ja, was bist du hier? Warum kann ich dich da hoch? Was bist du? Achso, hier ist dieser Kackraum. Ja, ja. Jetzt, daaaann... Können wir ja weiterfahren, ne? Wer hat sich denn die Karre hier abgestellt? Ich? Ich würde mal sagen, das war die Falle hier, ne? Ja. Es ist nichts. Was ist weg? Der Boss hat gesagt, wenn wir noch ein bisschen Schützen durchlassen, kriegt er unser Matsch. Ohne Scheiß. Na, dann muss uns gehen. Jaa. Ihr könnt sehr gerne kommen. Die Musik so. Oh, hier ist nix. Bevor zu... Alter, ich dachte gerade, da läuft was, aber da ist zumindest nix gewesen. Hä? Ich habe hier irgendwo... Irgendwo lagen hier, wahrscheinlich im Klo. So, damit ich nicht so weit latschen muss. Fahre ich auch hier. Wie kann ich eigentlich speichern? Wie kann ich noch nicht so weit lachen? Wie kann ich wohl auch hier exports? Wie kann ich nicht mehr kommen? Wie kann ich noch nicht mehr kommen? Es ist wirklich, dass ich mich nicht mehr persönlich mit dem Sch moyern hab? Wie kann ich noch nicht mehr kommen? Ich muss aber nicht mehr sein, dass ich noch etwas schmerzen habe. Wie ist noch nie? Ich geh mal hier raus. Okay, ist das die Falle? Ist das krangeil. Am Ende muss man schon. Magazin der Lass! Ich will in diesen Raum rein, Alter. Deswegen habe ich so schnell gemacht gerade. Ich will nicht schnell zurück zu den Stationen, und niemand hat mehr was von ihnen gehört. Scheiße, das ist heftig. Hä? Hast du schon von den Tunnelmeistern gehört? Nein. Weißt du an der Endstation aller Linie, wo der Tunnel aufhört? Die Jungs sich ein Feuerchen machen, trinken und Karten spielen. Also manchmal steht einer von diesen Jungs einfach auf und geht in den Tunnel. Und das war Lüster. Wenn du den Typ fragst, wohin er geht, sagt er, ich wurde zum Meister gerufen. Wo habt ihr die Kinder und Frauen versteckt? Gib mir den Schlüssel für den Raum. Ich will den scheiß Schlüssel für den Raum haben. Ich mache mal Feuer aus. Fuck you. Ich mache scheiß Feuer aus. Rungisch auf Freigeschaltet. Addison. Bitte. Bitte. Verstehung. Verstehung. Wer ist denn Addison? Nur mal so nebenbei. Wer ist denn Addison? Jemand sagt dir mal einmal, dass die Metro auf dem Wasser steht. Normalerweise kann es nicht in die Tunnels eindringen. Die bewohnten Stationen haben Puppen, die Tag und Nacht arbeiten, um das Wasser rauszuhalten, das von draußen hereinseckert. Aber es gibt auch Orte wie diesen hier, wo die Tunnels sich in unterirdische Flüsse und die Stationen sich in Inseln verwandelt haben. Das wird mich nicht auffallen. Ich werde meine Verfolgung auch auf dem Wasser fortsetzen. Die Bla ist bereits in Sicht. Wer ist Addison? Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Addison. Deswegen habe ich mich gewundert. Hä? Aber die sind geflüchtet, ne? Also, die sind jetzt hier rausgestürmt, denke ich mal. Ich denke mal, dass die weg sind. Ja, ich kann sie zum Beispiel hier nicht mehr sehen. Wer ist Addison? Warum heißt der Addison? Wer ist Addison? Ist das vielleicht ein Metro 2033 Easter Egg oder so? So, ich hoffe, die sind... Ich hoffe, die sind safe. Ja, ist ne schöne Sperre. Sehr gut. Ich habe eben übrigens nicht gesehen, dass man E drücken musste. Was hat der denn da aufgeschrieben hier? Wir nutzen den Schienenwagen, um die Falle zu durchbrechen. Okay. Dann machen wir das. Aber erstmal mache ich euch da hinten kaputt. Ach ne, ich dachte, das wäre ein Typ hier. Aber das ist gar geil. Alter. WTF einfach nur. Wie scary war das denn bitte? Noch scary-mäßiger geht's ja wohl nicht, oder? Warte, wie die hier alle gekillt haben, ne? Gut. Das heißt, wir müssen nicht auf diesen Weg, sondern auf den anderen. Ich habe das nur gemacht, weil hier das grüne Licht war. Ich mir so dachte, folgen wir dem grünen Licht. Aber nein, das ist natürlich falsch. Ich habe das auch nicht. Tja. Ist nur ein bisschen entgleist. Alles noch gut. So. Ähm. Aber ich würde ganz gerne kurz zurücklaufen. Tatsächlich. Weil. Die wollten ja, dass wir ihre Leute retten. Das haben wir jetzt gemacht. Weil ich glaube nicht, dass es dahinter noch weiter geht. Wir haben die ganzen Banditen ausgelöscht. Und auch Tommy ist hier Meistersprinter, sehe ich gerade. Er kann ja ultralange rennen. Oh. Und was macht ihr heute noch so? Ich gehe gleich duschen. Gönn mir was richtig geiles zum Mampfen. Boah. Dann weiß ich nicht. Ach scheiße, ich muss noch rennen. Äh. Ja. Ja. Ah. Deswegen haben wir eben Schaden bekommen. Weil da diese grüne Suppe lag. Ich bin jetzt extra für euch zurückgelaufen. Ich hoffe, das lohnt sich. Hier hinten sehe ich schon das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Erstmal drei Minuten hier rumrennen. Aber ich kann mir wenigstens noch hier diese Typen alle angucken. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht, dass ich... Alter. Ah, siehst du? Siehst du? Ich habe euch... Okay, die interessiert das nicht. Kinder, Kinder, alte Männer. Damit sich keine Panik ausdruckt. Du versuchst gerade zu viel zu nehmen. Daraus habe ich gelernt und bin geflüstert, bevor es los geht. Toll. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich natürlich nicht gelohnt. Ist die Frau eigentlich immer noch am Heulen. Wir müssen es... Ich muss es nachprüfen, ne? Die ist noch immer am Heulen da, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Diese random Scare Sounds, ne? Ja, ich weiß. Aua. 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 Das ist mal lustig. Weißt du, so radioaktives Zeug laufen. Das ist ja easy. La la la. La 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 la. Das ist schon geil mit diesem Metro-Style, ne? Diese riesenlangen, endlosen Gänge einfach. Es ist schon verdammt gut gemacht. Was ein bisschen weird ist, sind diese ganzen Kabel, die an der Seite verlegt sind. So komplett weird. Aber hey! Okay, hier ist Nix. Da ist der Typ von eben. Ah, Lul. Und hier kommen wir endlich rein. Ja, 16 Minuten. Nice. Ich halte mal meine Shotgun bereit, glaube ich. Mal gönn dir, ne? Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube irgendwie, dass das ist. Keine gute Idee ist. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber hier hätten wir sowieso nicht durchfahren können, ne? Da muss ich irgendwas machen mit. Das ist sowas von ne Falle. Oh, was hat er denn hier? Einen zweiten Lauf? Jo, was hat er denn für ne Waffe? Ja, moin. Einen fucking Vierfachschuss. Ja, die gönne ich mir aber mal. Komm, wir laufen zurück und machen ne Modifikation dran. Ein Schalldämpfer. Alter, ist das krass. Vierfachschuss mit der Schotti. Das finde ich ja mega geil. Hier ist ja gar keiner. Keine Sau ist hier. Ich höre die ganzen Viecher, ne? Aber das wird so ne Falle werden, ne? Das wird so ne Falle werden. Nein, 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 nein. Äh. Ja. 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 Okay, der schießt jetzt zwei Schüsse auf einmal. Okay, der schießt jetzt zwei Schüsse auf einmal. Okay, der schießt jetzt zwei Schüsse auf einmal. Hilfe! Hey, du komm her, du verdammter Stalker! Schieß! Wo? Ich komm von da! Okay, kannst du mir später erzählen? Jetzt sind wir erstmal in der Fahrrinne und planen den Kurs zur Basis! Oh, nice! 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 Finstere Gewässer, weil wir haben so viel Bulli verballert! Normalerweise angele ich nicht in diesem Tunnel. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut anbeißen würden. Scheiße! Verdammt! Ja, wir lesen jetzt mal das hier. Wir haben bis jetzt nur zwei Einträge verpasst, tatsächlich. Krass! Krass! Einträge 1. Manche Leute verstehen nicht, warum noch nicht die ganze Metro geflutet ist. Andere fragen sich, wie die Menschheit 20 Jahre lang in einem Schutz überleben konnte, der eigentlich nur für höchstens ein paar Monate gedacht war. Einige sagen, dass Menschen ebenso schwierig zu töten sind, wie Kakerlaken oder Ratten. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich habe immer gedacht, dass unsere Existenz einen Sinn hat, wir haben ihn nur nicht ganz verstanden. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der Roten Linie. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Bleib jetzt still. Die mögen keine Geräusche. Und dies ist ihre Welt. Siehe nur, wie sie dort beruhen. Wir wollen euch nichts tun. Ach du Scheiße. Ich weiß, woraus diese mutiert sind. Wir nennen sie Schweinz. Wir hören auslich in die Nacht, aber eine gute Meister. Insgesamt waren wir die Minderung. Äh. Okay, ich habe eh gespammt. Ähm. Hat nicht funktioniert. Äh. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Eigentlich kommt mir das sehr gelegen. Weil es genau auf 30 Minuten ist. Ja. Und das ist halt die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Und ich muss mir unbedingt diesen Mauszeiger. Kann man das irgendwie machen? Dass ich diesen Mauszeiger in Windows reinkriege? Ich finde ihn so gut. Egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.